Guten Morgen an diesem Dienstag, erster Handelstag an der amerikanischen Wall Street. Sie wissen es vielleicht, gestern war ein Feiertag in Amerika und deshalb kein Handel und genau deshalb könnten wir uns eigentlich den Dow auch sparen, aber ich bringe ihn gerne mit, um Ihnen zu zeigen, worauf es ankommt. Es ist wie schon seit Mitte Juli dieser Hochpunkt im Bereich 18.670 Punkte. Da muss es drüber gehen, damit ein neuer Schwung durch die Märkte geht, durch die Aktienmärkte geht und damit wir neue Kaufimpulse letztendlich sehen werden. Ob das heute der Fall sein wird, müssen wir abwarten. Die Anleger, wie gesagt, kommen aus einem verlängerten Wochenende und sie werden sich erstmal durch die Konjunkturdaten und durch die geopolitischen Nachrichten arbeiten müssen und da gab es ja durchaus gestern das ein oder andere Interessante, was es da zu bewerten gilt. Aber zunächst einmal zum Goldpreis, da ist relativ wenig passiert. Sie sehen es, diesen kleinen Haken hier noch oben, der kommt noch aus der vergangenen Woche und resultiert letztendlich aus dem Arbeitsmarktbericht der Amerikaner. Der ist ja so lala ausgefallen, er war nicht wirklich schlecht, aber er war auch keineswegs so gut, als dass die amerikanische Notenbank jetzt keine Zeit mehr verlieren dürfte, um die Leitzinsen anzuheben. Das Ganze hat sich ja doch sehr erleichternd auf die Anleger ausgewirkt, die dann gesagt haben, okay, im September wird vermutlich keine Leitzinsanhebung mehr kommen. Dann wird das Ganze auf den Dezember verschoben. Das ist so ein bisschen nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, was wir ja schon seit einigen Wochen und Monaten beobachten können. Und es geht, wie gesagt, um die Leitzinsanhebung. Also auch hier momentan relativ wenig Bewegung. Das werden wir in den kommenden Wochen, wird sich da sicherlich noch was tun. Auf der Oberseite bei 1375 ist die obere Begrenzungslinie. Da muss der Goldpreis durch, je fein Unze, damit es da auch weitergehen kann. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der gestern wirklich spannend war. Also es war gestern tatsächlich schon eine harte Nummer, sich durch den Tag durchzuarbeiten. Es war relativ langweilig. Der DAX hat wenig gemacht. Bis zu dem Moment, als dann letztendlich die Russen gesagt haben, dass sie durchaus Interesse hätten, mit den Saudis zu kooperieren, was eine mögliche Förderobergrenze beim Öl betrifft. Das hat dann den Ölpreis gestern ordentlich angeschoben. Da ging es relativ zackig aus dem Stand etwa 5 Prozent nach oben. Und genauso schnell, wie das passiert ist, ist es dann auch letztendlich wieder abgekippt, nachdem bekannt wurde, bzw. nachdem sich die Einschätzung bei den Anlegern durchgesetzt hat, dass der Iran hier vielleicht bei diesem, ja, bei diesen Kuscheln nicht mitspielen wird. Denn der Iran hat ja bereits gesagt, man möchte wieder auf die Fördermenge kommen, die es vor den Sanktionen gegeben hat. Das sieht man als seinen Anspruch an. Da wird man vermutlich auch nicht großartig mit sich diskutieren lassen. Also, dass es tatsächlich zu einer Einigung kommt zwischen den OPEC-Staaten und dann dem Iran. Das muss momentan einfach, das wird von den Anlegern ganz einfach verneint. Das wird eher als unwahrscheinlich angesehen. Und deshalb dann die Abkühlung wieder am Ölmarkt und die Kursgewinne sind mehr oder weniger in sich zusammengefallen. Das war dann am Ende ein Plus. Sie sehen es von 1,7 Prozent. Hier haben wir den etwas längerfristigen Chart. Daran sehen wir, dass das gestern gar nicht so unwichtig war, auch wenn es sich letztendlich wieder in Wohlgefallen aufgelöst hat. Hier auf der Unterseite haben wir mittlerweile so eine kleine Haltemarke eingezogen. Sollte es darunter fallen, wäre natürlich die 200-Tage-Linie das Relevante. So weit ist es aber noch nicht. Jetzt müssen wir ganz einfach schauen, was machen die Amerikaner aus dieser Ankündigung von Putin und von den Saudis. Glauben sie tatsächlich, dass es passieren könnte, also dass man sich einigen könnte. Dann dürfte der Ölpreis doch wieder deutlicher nach oben laufen. Ansonsten könnte es in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich zu einem Test dieser Unterstützungsmarke kommen. Kommen wir zu Einzelwerten. Apple tatsächlich nur deshalb dabei, weil am 7. September das neue iPhone vorgestellt wird. Und natürlich wartet die ganze Welt auf eine Überraschung, auf den Wow-Effekt. Tim Cook wird ja regelrecht angefläht, dass er endlich mal wieder was Neues bringt, das den Markt verzaubert, um es mal so auszudrücken, damit man wieder mal ein bisschen Potenzial in der Aktie sehen würde. Sie sehen es in den vergangenen Wochen doch ganz wenig Bewegung. Natürlich auch nach dieser Steuerdebatte in Irland. Aber jetzt, wie gesagt, es fehlen auch die richtigen Produkte, damit Apple hier vielleicht mal ein bisschen kräftiger nach oben marschieren könnte. Und meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, vermutlich werden wir am Mittwoch, also morgen, relativ wenig Neues sehen. Natürlich, es gibt ein neues iPhone. Natürlich, es wird neue Features haben. Es wird das beste iPhone aller Zeiten sein. Aber ob das am Ende reicht, um die Aktie nachhaltig nach oben zu treiben, das muss man doch bezweifeln. Gut, kommen wir zum DAX. Der hat sich gestern, ja, mehr oder weniger auf einer Linie, unter mehr oder weniger starken Schwankungen auf einer Linie bewegt. Also da ist überhaupt nichts passiert. Das war aber vorauszusehen. Wir sehen es, wir sind jetzt bei der 10,672. Die Taxen momentan liegen auch in dem Bereich. Also eine Eröffnung in etwa auf Vortagesniveau. Wobei, wir kommen jetzt gleich zu einem möglichen Belastungsfaktor, der den DAX so ein bisschen drücken könnte. Aber im Großen und Ganzen genau das gleiche Spiel, das wir in Amerika gesehen haben. Wenn die Vorgaben fehlen, dann haben auch die deutschen Anleger nicht so richtig Lust, sich zu engagieren. Und bei der 10,80, ich weiß es jetzt immer noch nicht, die 04 oder die 08, da muss ich mich tatsächlich nochmal vergewissern, ist hier oben erstmal der Deckel drauf. Geht es drüber, hätten wir auch hier einen schönen, frischen Impuls. Da müssen wir den heutigen Tag abwarten. Und jetzt kommen wir zu einem möglichen Belastungsfaktor, denn die Bayer-Aktie geht vorwürstlich schon etwas deutlicher nach unten. Minus 1,7 Prozent waren es vorhin, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Bayer für Monsanto sein Angebot nochmal nachbessern will. 127,50, jetzt je Aktie vielleicht sogar 130. Das werden die Anleger in Bayern, das werden die Investoren jetzt nicht so gerne hören. Sie waren ohnehin nicht allzufrieden mit der Idee einer Übernahme, weil sie ganz einfach zu groß erscheint für das Unternehmen. Und jetzt könnte sich tatsächlich hier so eine Kappe bilden, so eine Rundungsformation und dann könnten tatsächlich, sollte dieser negative Druck, sollte der sich fortsetzen, könnten tatsächlich irgendwann im Laufe der kommenden Tage und Wochen die alten Tiefs ausgelotet werden. Commerzbank, natürlich, es ist momentan, es gibt ein paar Werte, an denen wirklich rumgespielt wird. Im DAX dazu zählt die Commerzbank, die Deutsche Bank, aber natürlich auch die Energieversorger wie RWE oder E.ON. Und exemplarisch habe ich jetzt die Commerzbank mitgebracht, weil sie eigentlich sich noch am besten in den vergangenen Tagen gehalten hat. Natürlich auch Fusionsgerüchte, aber insgesamt vielleicht auch die Einschätzung der Anleger, dass eine Commerzbank im Bereich um die 5,50 oder 5,16 ganz einfach zu billig ist und dass das Chancenrisiko jetzt dann einfach zu attraktiv wird, als dass man es außen vor lassen könnte. Also da wird sehr viel rumgespielt in diesen Werten. Das sollten Sie nicht allzu ernst nehmen. Natürlich, wenn der Kurs steigt, kann man vielleicht auf den fahrenden Zug auch noch ausspringen, hier so ein bisschen Momentum mitnehmen. Aber mittelfristig haben sich hier natürlich die Rahmenbedingungen überhaupt nicht verändert für die deutschen Geldhäuser und deshalb bleibt es auch weiterhin schwierig. Übrigens, das Gleiche gilt für die Energie. Ein bisschen anders sieht das aus bei Zalando. Da wissen Sie, wir waren nicht allzu bullisch, um es vorsichtig auszudrücken und wir sind eines Besseren belehrt worden. Mit den Q2-Zahlen hat Zalando bewiesen, dass man tatsächlich an der Profitabilität gearbeitet hat, dass man am Wachstum insgesamt gearbeitet hat. Und jetzt gestern, beziehungsweise vorgestern, hat das Unternehmen, ich würde sagen, eine Kooperation mit Google bekannt gegeben. Und zwar geht es darum, die künstliche Intelligenz von Google dafür zu nutzen, dass die Leute besser und intelligenter shoppen gehen können. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Sie werden, Sie bekommen ein paar Fragen gestellt von dieser künstlichen Intelligenz-Routine von Google und anhand der, anhand ihrer Antworten wird Ihnen dann ein maßgeschneidertes Outfit zusammengestellt. Und das Ganze könnte, sollte es sich durchsetzen und sollte es irgendwann in der Fläche eingesetzt werden, könnte natürlich dazu führen, dass Zalando auch tatsächlich hier ordentlich mehr Umsatz macht. Denn nichts ist frustrierender, als wenn Sie sich schon mit dem Thema Shoppen befassen müssen, jedenfalls als Mann, und dann am Ende doch nur irgendwas anziehen, was aussieht wie einen Sack über dem Kopf. Also, von hier sieht momentan jetzt nicht ganz so aus, als wäre da dringender Handlungsbedarf. Aber die Aktie ist natürlich auch toll gelaufen. Man darf das nicht vergessen. Von 24 hier auf. Es sind 37 gewesen, also 50 Prozent. Das muss jetzt erstmal verarbeitet werden. Also, kein akuter Handlungsbedarf, aber die Aktie gehört auf jeden Fall jetzt auf die Beobachtungsliste, zumal Q3 vor der Tür steht, die Veröffentlichung, und wir da durchaus mit der einen oder anderen positiven Überraschung rechnen. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns heute, dann am Nachmittag vor der Eröffnung an der New Yorker Wall Street wieder und verbleibe bis dahin. Bis dahin. Tschüss.